Okay, doch, noch 10 Minuten aufnehmen, meine Pizza ist gerade im Ofen. So, wen haben wir denn alles? 15, 15, 14. Schmeißen wir mal... äh... Conan raus. Jetzt haben wir Deck dabei. Wir müssen nach Melchior, zur Protokuppel, nee... nach Medina. Genau, dahin müssen wir jetzt. Hm, ich würde gerne mal durch das Tor schreiten, in... ja... Aber ich will jetzt mal Samune holen. Hä? Medina wurde von den Vorfahren der Mystiker gegründet, die einen Krieg gegen die Menschen verloren. Die meisten Mystiker sind wütend auf Menschen, seid vorsichtig. So, wo war der Typ... Ah, jetzt weiß ich's. Hallo, Opa. Ihr seid es wieder? Wollt ihr meine Sammlung sehen? Dieses Schwert, das Masamune, woher habt ihr es? Warum ist dein Name auf dem Schwert eingraviert? Warum wohl, weil er es geschmiedet hat? Das ist eine lange Geschichte. Ihr wollt sie hören, stimmt's? Na klar, erzählt uns alles über das Masamune. Ist das reparabel? Hm, es könnte möglich sein, wenn wir an dem Traumstein kämen, aus dem das Schwert gemacht ist. Traumstein? In meinen Speicherbänken gibt's darüber keinen Eintrag. Es gibt ihn nicht mehr. Es war ein roter Stein, der man einst als Zahlungsmittel benutzte. Leider ist das sehr lange her. Ich bezweifle, dass ihr einen roten Stein hier finden werdet, aber fast doch werde ich das Masamune reparieren. Behaltet das schwer zu lange. Möchtet ihr was kaufen? Klar, wenn du was Neues hast. Nee, aber natürlich nicht. Lange her. Hm. Wie lange? Wenn so ein roter Stein früher als Zahlungsmittel benutzt wurde. Ihr wisst, was das heißt, oder? Jetzt muss ich nur wissen, wie ich wieder zurückkomme. Das ist schlecht. Kann ich nicht einfach wieder in den Schrank reingehen? Ach, gehen wir einfach durch den Schrank. Es geht nicht. Doch, es geht. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Dahin, wo wir noch nicht waren. Haha, Logik. Zu den mystischen Bergen. Oh ja. Das ist böse. Präistorische... Äh. Oh. Hilfe. Oh, sie sind grün und schuppig. Halb Mensch, halb Sauri. Eine ungewöhnliche Lebensform. Und sie greifen mich natürlich an. Okay. Ist klar. Ist klar. Machen wir eine Raketenrolle. Nee, 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 nee. Feuerklinge, Feuerwirbel, Hypnovelle. Ach, ne, brauche ich nicht. Okay. Oh. Cool. Und tot sind sie. Äh. Doppelteich-Foierpunch-Alarm. Doppelteich-Max-Zyklon. Mhm. Was? Sie sind in der Überzahl. Oh yeah. Da kommt die verrückte Katzenlady hier. Wer ist diese Frau? Ihre kämpferischen Fähigkeiten sind ungewöhnlich für einen Menschen. Miau. Jetzt wollen sie uns. Ja, sie wollen uns. Yeah. Äh. Los. Yes, machen wir sie platt. Die Alte da, die uns da gerade den Allerwertesten gerettet hat, die ist verdammt stark. Also, wow. Und er erreicht nächste Stufe. Daran erinnere ich mich noch. Die hat so viel Schaden ausgeteilt, das war abnormal. Was? Macht sie nicht wütend. Sie ist ohnehin aufgeregt. Wir wollen nicht kämpfen. Pain? Oh mein Gott. Was macht die da? Du stark. Wie dein Name? Pain, ja. Guter Name. Ich. Ich. Ayla. Ich nenne sie... Lea. Boris und ich muss auch noch vorkommen. Boris wird zu dir nicht passen, deswegen Lea. Ich Lea. Lea mag starke Leute. Also mag Lea pain. Ich denke, sie mag dich, Pain. Ja, auch stark. Lea bewundert starke Leute. Männer und Frauen. Wo, äh, von wo ist die... Ist die nur geflüchtet? Ja? Ja, wir sind... Ja, du anders, aber auch stark. Das rührt daher, dass ich ein Roboter bin. Roboter... Was das sein? Lea nicht kennen. Das ist eine Maschine, die wie ein Mensch aussieht. Was? Quatsch. Nicht Lea, verwirren. Du siehst doch nicht aus wie ein Mensch. Pain, woher kommen? Das wird sie nicht kapieren. Wir sind von... Von lange nach dem... Tag... Was? Wir sind von... Lange nach dem... Tag von... Nach morgen. Haha, ihr lustig. Lea mag lustige Leute. Es hat keinen Sinn. Kommt ins Dorf. Wir reden und essen. Tanzen, essen, Spaß. Eigentlich gerne, aber wir müssen jetzt den Traumstein suchen. Stein? Viele Steine. Hier, dort, im Dorf. Ihr viele nehmen. Compain. I... IOK-Dorf. Hier entlang. Okay. Dann lauf. Ja, wie schnell die Olle ist, ne? Uh! Dinos! Technik. Raketenrolle. Racketrolle. Los, macht sie platt. Firepunch. Trifft alle Gegner mit Firepunch. Cool. Aber die müssen jetzt eh abkratzen. Genau. Machen sie auch. Yeah! Oh, gleich ist meine Pizza fertig. Oh, ist das nicht toll? Ah, nur leider sind Zwiebeln drauf. Das ist eklig. Was sind das für Dinger? Was ist das? Boah, aber sie sind nicht stark. Hahaha. Genau. Stirb! Bam. Einmal reingekloppt. Voll mit der Faust in your face und so. Face fisting. Was laber ich da? Ah, der Hunger macht mich verrückt. Rohrblatt. Was ist ein Rohrblatt? Blatt. Blalala. Wo ist es denn? Ach, ein Rotblatt. Horn. Was ist das? Oh Gott. Tschüss! So, wo sind wir? Wir sind... Irgendwo... Zurück in die Vergangenheit, ne? Wo ist das Dorf? Und warum laufe ich so... Extra komisch da außenrum? Ja, toll. Jetzt bin ich umsonst da rumgerannt. Oh Mann. Ich will da rein. Aber ich glaube, das ist... Da kommen wir erst später hin. Ein wenig später. Wobei, nee. Da scheint das Dorf zu sein. Ioka-Hütte. Ihr seltsame Felle tragen. Chefhütte nördlich vom Dorf. Schönen roten Stein sehen. Chef hat ihn. Nein. Gehen wir mal da rein. Ioka-Hütte. Ihr Reptilien, ich euch schlagen. Reptilien schuppig und haben kaltes Blut. Schwer zu schlagen. Okay. Süßes Wasser trinken. Dadurch stark werden. LP und MP wieder hergestellt. Das ist toll. Okay. Aber so leicht werden wir mit Sicherheit nicht an den roten Stein kommen. Treffpunkt. Chefhütte. Ah, okay. Aber vor mir mit der Labern mache ich einen Schnitt. Bis später.